Hallöchen, ich bin ein Pornostar, so wie der Titel es sagt. Nein, YouTube-Star angeblich, was weiß ich. Ihr habt hier was von YouTube gekriegt. Stromspeicher. 2020 liefert die meisten von uns wohl nicht nach ganz nach Plan. Du hast insgesamt Dingsminuten hochgeladen, bla bla bla, deine Gesamtbilanz. Ich bin seit 4585 Tagen auf YouTube aktiv. Seit dem Upload deines ersten Videos haben dir deine Fans 4004 mal einen Daumen nach oben gegeben. Nur so wenig. Leute, das muss mehr werden. Deine Community hier wird immer größer. Da haben deine Zustauer 20.500 Kommentare auf deinem Kanal gepostet. Das ist auch viel zu wenig. 1.042 mal geteilt. Oh, das ist schon okay. Ich habe 2020 gerockt. 136 neue Abonnenten, nur dieses Jahr. Oh, wenig Wiedergaben. Ja, das passt. Außerdem kannst du Minuten Wiedergabenzeit verbuchen. Aber auch weiß nicht, wo die Grenze ist. Ihr bekommt nicht genug von mir und meinen Videos. 712 mal mit mag ich bewertet. Äh, ja. So, mein Jahresrückblick. Du hast mal, bl 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 bl. Den Screenshot mit dem Zusatz. Hashtag mein Jahresrückblick. Ja, kopieren wir uns den gleich mal. Dann mache ich das im Video rein. Ähm, ja, danke, dass ihr immer zugeguckt habt. Aber, ein bisschen mehr Daumen hoch und ein bisschen mehr Kommentare. Das wäre schon schön. Okay, vielen Dank fürs Zugucken. Tschüssi.